Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachten Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead No Man's Land. Ich starte mal das Spiel und mache folgt rein. Müssen wir ein bisschen warten. Mein alter Account habe ich gefunden. Hurra. Okay, dann schauen wir mal nach. Gerade, bevor ich es installiert habe, habe ich nur etwas abgeholt. Das war schon die erste Quest. Also eine Quest habe ich schon fertig. So, dann holen wir mal die eine Quest ab. Funkruf, genau. Jetzt haben wir hier drin. Oh, nice. Achso, wir müssen die Summies ja noch. Alle? Geh nach oben. So, geht doch. Gut, dann gehen wir jetzt. Viel Nachrichten. Oh, nee. Was ist das? Oh, nee. Okay. Nur das gleiche. Gut. Fertig. Dann, wenn wir jetzt hingehen nach... Nach die Queste. Ausrüstung verbessern. Einmal. Einmal. Boah, die ist gut. Wie ich gerade bekommen habe. Boah, die ist gut. IchMarke. 5. 7. 05. 5. 7. 10. 10. Gut, dann werden wir, ich glaube, die war für mal verbessern. 5 Sekunden, fertig, dann ist also heute wieder diese eine Woche, wo, oder der eine Tag, ich weiß nicht, wie lange das geht, wo Ausrüstung verbessern 5 Sekunden kostet, das gibt es ja auch nochmal mit dem Trainieren, wenn ihr Leute trainieren möchtet, es kostet 5 Sekunden, oder Gebäude ausbauen. Okay, dann haben wir jetzt das, abholen. Der Sturmangreifer, Sturmangreifer, 30 Zombiestöten, okay. Mission abschließen. Sturmangreifer, aber nur eins. Sturmangreifer, Sturmangreifer, was ist denn mit mir los, früher morgen. Sturmangreifer, Sturmangreifer, das ist Abraham. Überleben. Ja, Sturmangreifer, zack, Abraham. Also muss mit denen die ganze Zeit spielen. Gut, dann werden wir das gleich machen. Sturmangreifer, ich schließe alle Tänkes ab. Mission abschließen. 9. Hm. Den haben wir drinnen. Können wir das so lassen, oder nicht? Den haben wir drinnen. Das war die Zeit. Das war die Zeit. Dann haben wir drinnen. Entfernen wir uns Aufschlangen. Wir haben hier viele, die Zehn Dinnen. Dann haben wir drinnen. Dann sind wir drinnen. Wir hatten einen Strecken. Denken wir drinnen, auch sagten wir. Leider waren das. Wir haben hier drinnen. Es ist ein Vergnügen. Das war's. 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 immer nur essen und diese anderen sachen. die medaillen. okay Ja. Was ist denn da, ja? ... ... ... ... ... Wow, nice. Ich muss nur noch ein paar Runden machen, aber ich kann jetzt mal kurz gucken, ja die 10 auch, also noch 4 Missionen. Habe den hier. Und los geht es. Zack, und du auf. Okay. Warte, lass dich im Kind hier an der Schachtzug. Perfekt. Für den Aumen mache ich das jetzt nicht. Ne, ne, ne. Dann kommt der jetzt wieder dran. Hm. Hm. Ach, der lebt ja noch. Der lebt ja noch. Bissuna. Ja. Fertig. Nein, nein. Noch zwei Runden. Dann sind wir für heute fertig. So. Das wird ein bisschen dauernder durchzukommen. Habe ich den auch erwischt? Juhu! Die stehen da wie angewurzelt. Die bewegen sich nicht. Ich möchte da unten noch. Ich kann nicht da unten, oder? Ich wusste was da eigentlich ist. Aber kein Problem. Zack. 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 Und weiter. Und jetzt gibt es glaube ich noch einer. Genau. Und das war jetzt wieder der. Oh, ich habe was neues gekriegt. Das können wir auch mal auf hart machen. Denn nur die harten kommen garth. Da muss es allerdings mal nur schriftliches weitergehen. Und immer alles zusammenstehen. Okay. Abram öffnet den. Mit Sari lauf ich da hinten und schießt die einmal drauf. Ah. Ah. Wenn es ging. Nö. Und jetzt sind wir gar nicht schnell alle Truhen öffnen. So weit laufen wie es geht. Ah. Ich bin durch. Aber Sally ist jetzt angeschlagen. Aber nicht schlimm. War ja sowieso die letzte Runde. Da noch nicht mal Gold. Hm. Aber ich benutze jetzt die Kisse. Weil jetzt ist sowieso immer ein bisschen mehr in den Kissen drin drin. Aber ich benutze jetzt die Kisse. Ja. Das geht ja noch. 60.000. Nice. 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 Abholen. Okay. Und abholen. Truhe abholen. Fertig. So. Jetzt kann ich noch einmal meine Leute ausrüsten. Ah. Was sind die Zombies da? Da. 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 Das war's. Okay. Alle da. Zack nochmal einsammeln. Hier sind welche am heilen. Sally. Allein. Hier kann ich jemanden aufwerten. Trainieren. Ramon. Einfach Ramon. Ah. Nehmen wir Ramon. Ramon. Trainieren. Go. Go. Nein. Ich spiel Gold. Fünf Sekunden trainieren. Juhu. Wen kann ich jetzt noch trainieren? Hab ich einen Goldenen? Hm. Schade. Jetzt kann ich mal auf. Abram gehen. Ne. Das ziehe ich nicht an. Die. Die ist gut. Befördernd. Yeah. Ein Stern. Aber auch bei denen. Ist nichts. Nur dieses. Graue Ding hier. Ne. Das kommt nicht in der Tüte. Hier. Nein. Graue Schuld. Nein. Ich muss mal kurz hier rein. Werkzeug reingehen. Werkzeug. Zerlegen. Und. Hm. Okay. Da war nichts. Den. Zerlegen. Und den. Zerlegen. Und den. Zerlegen. Ich muss noch eins machen. Möchte jetzt noch einer was gutes haben. Oh ja. Hier endlich. Bill. Der kriegt ne Waffe. Oh. Das ist cool. Und. Das war's. Ok. Dann will ich mal sagen. Das war's für heute. Ich verlasse das. Spiel. Und ich sage es nicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder euch seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Yes, net. Okay. Ciao, ciao.